Puh! Biele? Wo sind die Bibi? Hört so schön, hm? Wo sind die Bibi? Ist das ein Bibi, oder? Das untere Seite. Seitlich wie mein Bibi. Ach so? Ja. Drei um die Hände. Die Hände. Wie hältst du das denn daneben? Du fühlst dich nicht da drinnen, gell? Geh mal hier hin, oder? Hallo, Bibis? Hallo? Eine brave Mami, gell, die Biele? So eine brave Mami. Biele? Au? 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 Fühlt dich tief, gell? Ja. So eine Freude, gell? In der Nester? Seid da, ein Aldo. Frech, gell? Geh mal hier. Geh mal hier. Geh mal hier. Jetzt werden sie schon lebendig, gell. Schon neigrig, gell? Jetzt werden sie immer lieber. Sabine ist doch nicht so ein braver. Schau, da ist schon rausgegangen, dass es reingegangen ist. Biele? 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 Keine Ahnung. Hm? Der liegt da drinnen, fünf Meter rechts, durchs Gitter, durchs Gitter, durchs Gitter. Na ja. Und dann. Oh, komm. Näh, komm. Komm, 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 komm komm. Näh, komm. Wie ist denn du drin? Ich geh nicht so noch zu. Achso. Hallo? Weiß nicht das? Bist denn du? Bela, so brave Mami bist du, gell? So brave Mami. 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 Muss ich da wieder draufdrücken, gell? Ja.